Hallo und herzlich willkommen, liebes YouTube-Universum. Jetzt muss ich hier ganz kurz noch was Kleines einstellen. So, und wir sehen jetzt auch... Jetzt müsste ich alles im Vordergrund haben. Das hier wird jetzt nur eine kleine Troll-Folge, ich freue mich schon ein bisschen. So, hallo und herzlich willkommen, liebes YouTube-Universum, zu einem weiteren Part von Minecraft. Ja, warum sag ich Troll-Folge? Das hat folgenden Hintergrund. Und... Oh, ich habe hier ein ganz komisches Zeichen in der Mitte. Nee, alles gut, das ist das normale Zeichen. Und zwar geht es um Folgendes. Mir hat gerade eine geschrieben, in Skype, dass sie gerne eine Freundin trollen möchte. Und sozusagen, weil die hat Angst vor mir, aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht warum. Und sie möchte mal mit mir telefonieren oder mich reinziehen, um die Freundin so ein bisschen zu trollen. Äh, habe ich geschrieben, mache ich klar mit. Was natürlich, äh, ich kann ja den Namen sagen, was Saku nicht weiß, ist, dass ich jetzt eine Minecraft-Aufnahme gestartet habe, die ich eigentlich so gar nicht geplant hatte. Ähm, ich habe geschrieben, jetzt kann sie mich in eine Minute anrufen. Ich muss nachher wahrscheinlich noch kurz was mit Skype rumpegeln. Äh, ihr dürft es mir jetzt übel nehmen, das wird eine kleine Troll-Folge. Einfach auch für die Freundin, weil sie hat gesagt, sie ist ein bisschen schüchtern. Und, dass wir ihr das Schüchterne, habe ich das nicht verbunden? Das können wir mal kurz machen. Solange die noch nicht anrufen. Ähm, das Schüchterne so ein bisschen wegnehmen. Ähm, eins reicht, ja. Hups. Ähm. Da seht ihr ja, ich bin perfekt für die Aufnahme vorbereitet. Ich wollte eigentlich gar kein Minecraft aufnehmen. Wie gesagt, ich wollte mir eigentlich heute einen Tag ruhigen, aber das machen wir natürlich gerne. Oh, jetzt wird angerufen. Ich mache die Playlist auch im Hintergrund aus, damit ihr was hört. Also, bis gleich. Hallo, Herr Kleine Welt. Hallo. Na, alles gut? Äppel? Alles klar? Ja. Da wird nicht mit mir geredet, oder wie? Nee. Mensch, warum denn nicht? Weil Baum. Weil Baum? Ja. Kenn ich. Kleinen Moment, ich muss mal ganz kurz euch ein bisschen runterpegeln. Ähm. Äh, wo habe ich da eigentlich denn? Sagt mal was. Äh, Kuchen. Nochmal? Kuchen. Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Äppel, sag du auch mal was, damit ich dich auch einpegeln kann, bitte? Ich hasse dich, Sacko. Oh. Das ist aber nicht gut, wenn ihr euch gegenseitig habt, sowas macht man doch nicht. Na ja. Was macht ihr denn gerade? Uns langweilen. Deswegen. Das ist aber nicht gut. Langweilen ist schlecht. Englisch Hausaufgaben. Ja. Du machst Hausaufgaben? Ja. Was hast du denn auf? Vokabelschreiben. Soll ich dir ein bisschen helfen? Und wie? Ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. Ach, du musst es nur aufschreiben, oder wie? Ja. Ja gut, dann macht es wenig Sinn. Das wäre, ja. Ich hätte dir gern geholfen. Aber jetzt musst du schon erklären, warum du die Sacko hast. Das verstehe ich jetzt nicht. Es gibt Gründe. Okay, darf ich die Gründe erfahren? Nee. Ach komm, bitte. Du kannst offen zu mir sein, Mensch. Ja, Sascha ist ein Wandel des, äh, Dings. Ein Wandel des Dings? Ja. Jetzt erklär mal. Jetzt möchte ich es aber auch wissen, warum du die Sacko jetzt hast. Das finde ich nicht okay von dir. Weil die Sacko ist eigentlich ganz okay. Dann hasse ich sie halt nicht. Okay. Dann muss ich nichts erklären. Okay, doch. Jetzt musst du schon erklären, warum. Komm, erzähl mal. Nee. Aber warum denn, Mensch? Hab ich dir was getan? Nein. Nein, aber? Aber warum? Gibt es nicht. Das ist eine doofe Antwort. Die mag ich jetzt nicht. Es gibt Bäume. Also. Ja, ich weiß. Ich sehe es, dass es Bäume gibt. Ganz viel, ganz viele Bäume gibt es. Um mich herum. Okay. Das nützt dir gar nichts. Nee, das nützt mir echt nichts. Sacko, magst du mir erklären, warum mich, äh, warum, äh, die, die Apple, die ich jetzt hasst? Ja, die hasst mich, weil ich gerade noch mit ihr darüber geredet habe, was passieren würde, wenn du so in den Anruf kommen würdest. Was würde denn passieren? Ich hab gefragt, ob, äh, die schreien würde und auflegen? Oder auf, äh, quatsch. Das wäre aber kontraproduktiv, wenn sie einfach auflegen würde und schreien würde, oder? Ja. Warum sollst du denn schreien? Magst du mich nicht, Apple? Doch. Mensch, warum denn? Du sollst doch nicht, du sollst doch nicht schreiend wegrennen. So was macht man doch nicht. Ja, nee. Machst du ja nicht. Nein, sonst hätte ich schon aufgelegt. Okay. Das finde ich gut. Oder geschrien. Nein, so was macht man nicht. Schreien tut man nicht, okay? Nicht beim lieben Sascha. Nein, um Gottes Willen. Also, äh, müsste echt nicht, muss echt nicht sein, dass ihr da jetzt, dass du da jetzt schreiend wegrennst. Da würde ich mich auch schlecht fühlen, da könnte ich heute Nacht wahrscheinlich gar nicht schlafen. Wenn ich wissen würde, du bist schreiend vor mir weggerannt. Und ich bin doch eigentlich ein ganz Lieber, frag die Saku. Ab und zu, wenn ich will. Ja. Gern, Saku? Mhm, kriminelle Zukunft und so. Habe ich eine kriminelle Zukunft? Ja, haben wir doch letztens besprochen. Ach so, genau, wenn du Richterin bist, dass du mich mal... Ja, eine muss mich ja rausholen, richtig. Das haben wir ja besprochen. Ähm, nö, 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 nö. Gut. Ach komm, Apple. Ich heul gerade. Was? Um Gottes Willen, hör auf. Nee, ich heul, das ist Freudentrainern. Ach, was ist denn los? Lachen. Was? Du lachst? Okay. Ja. Gut. Keine Freuden, äh, keine Drehen bitte, ja? Ich mag's nicht, wenn Frauen weiden. Um Gottes Willen. Darfst du nicht Klavier spielen? Ah, dann dürfte ich jetzt nicht Klavier spielen, ja? Mhm. Aber es würde ja jetzt auch, ähm, naja, ähm, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Mhm. Ja. So schön spiel ich auch nicht Klavier, ja? Also ich spiel... Sascha, lüge nicht. Ich spiel nur, ähm, wie sagt man, ähm, solide. Ich spiel ich Klavier, solide. Ich kann's bewerten. Ich spiel sieben Jahre Klavier. Oh, da bin ich ein bisschen drüber. Hm? Ein bisschen. Ein bisschen. Aber, aber ja, du könntest das wahrscheinlich bewerten. Hast du den Unterricht? Ja. Äh, lang? Also bist du schon seit sieben Jahren im Unterricht auch? Sieben Jahre Unterricht, ja. Wow, sehr cool. Magst du mir mal was vorspielen? Nee. Warum denn nicht? Also sieben Jahre, da muss ja was hängen geblieben sein. Nee. Nicht? Magst du nicht? Ähm, ich kann grad nicht Klavier spielen. Ich hab mir die Hand geprellt. Was? Warum denn? Was passiert? Ich hab gegen die Wand geschlagen. Und warum machst du sowas? Weil, ähm, ich, ähm, weil meine Schultasche hinüber ist. Und deswegen schlicht man gegen die Wand? Ja. Ah, okay. Mach ich auch immer. So, warte mal. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was unser Herr Freak so macht. Ja, was macht der denn? Ah, der ist offline, aber ich schreibe ihn trotzdem mal an. Vielleicht ist er ja an. So, 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 so. Ähm, machen wir mal hier weiter. Was macht ihr denn sonst gerade außer Vokabeln lernen oder schreiben? Oder langweilen. Ach, du langweilst, Siksaku? Ja, ich langweil mich immer. Also, jetzt nicht mehr. Du bist ja hier. Ach so. Und mit Apple alleine hast du dich gelangweilt? Äh, nee, eigentlich auch nicht, aber... Jetzt hast du dich aber nochmal gut rausgerettet hier. Ja, nichts falsches sagen. So. Oh, das war jetzt schlecht. Keine Gesprächsthemen. Keine Gesprächsthemen? Mhm. Oh, echt? Ja. Apple. Hast du auch einen YouTube-Kanal? Ja. Kann man ja mal ein bisschen Werbung machen. Wie heißt der denn? Oh Gott. Ich hab's total geflasht. Nochmal bitte, ich hab's nicht verstanden. Du hast geleckt ein bisschen. Ich glaub, Apple ist jetzt total geflasht. Warum denn? Ja. Apple, jetzt erzähl mal, was ist denn los mit dir? Oh Gott. Apple, Apple? Apple, Apple, rede mit mir. Bitte. Bitte. Rede mit mir. Apple? Nein. Warum nicht? Hallo? Apple. Weil du was unterm Schreibtisch liegst? Ja. Dafür klingst du aber noch recht klar. Also von der Stimme her. Außer du hast ein Headset auf. Dann wäre das natürlich... Ja. ...ne Option. Wie mach ich denn das jetzt am besten? Ich mach das so. Ähm. Aber wie gesagt, finde ich gut, dass du nicht schreiend vor mir wegrennst. Haben wir schon mal geskyp'd? Nein, oder? Nein. Nein, wir haben noch nie geskyp'd. Okay. So, 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 so. Ach ja, willst du meinen Glurak jetzt übrigens haben? Ich darf doch keine Pokémon annehmen. Ich würde es so gern machen. Nicht vom IP-Channel her, sondern vielleicht auch auf dem BK-Sascha-Account. Ah, auf meinem Privat-Account? Ja. Ja, aber da hab ich doch selber einen Glurak. Ach, Mann. Ich hab gedacht, hä? Ja. Du hast doch, ähm... Turtop. Ja. Aber auch einen Glurak. Ach so. Äh. Ich hätt's dir gegeben. Oh, das ist lieb von dir. Oh, verdammt. Äh, das ist lieb von dir. Vielen Dank. Ähm. Ah, warte mal. Das ist ja cool. Oh Gott, es ist Nacht. Ähm. So. Äppel, was schreib mal, sag mal, was hast du denn für Vokabeln? Englisch? Ja, Englisch, das ist mir schon bewusst. Aber was für Wörter zum Beispiel? Äh. Äh. Carrots. Nochmal, ich hab's nicht verstanden. Carrots. Carrots. Ja. Und was heißt das? Mood. Mood. Sehr gut. Heißt das nicht Courage? Das heißt Courage. Wollte ich grad sagen. Courage, Power and Wisdom. Genau. Ah. Bei uns haben's die Lehrer so gesagt. Ah. Haben's die Lehrer so gesagt? Kommst du aus Bayern? Nein! Steiermark. Woher? Steiermark. Was ist das denn? Österreich. In Österreich? Nein, echt? Ja. Das ist ja interessant. Woher kennt ihr euch denn? Saku, du kommst doch nicht aus Österreich, oder? Nein, wir kennen uns von unseren YouTube-Kanälen her. Ach so, das ist ja cool. Ach, du wolltest mir noch sagen, wie du deinen YouTube-Kanal heißt. Genau. Hab ich gerade in die Konfi so geschrieben bei uns. Aber es wäre cool, wenn du es einfach nochmal sagen könntest. Weil ich kann grad nicht in den Konfi gucken. Los, Apple-Sack. Apple-Cake. Apple-Cake. Ja. Okay. Apfel-Kuchen? Ja, ich mag Apfel-Kuchen. Gibt's da auch was Leckeres zu essen auf deinem Channel? Ne. Oh, Mensch. Gut, Apple-Cake. Dann machen wir hier mal ein bisschen Werbung für Apple-Cake. Apple-Cake. Interessant. Was bringst du denn so für Content? Apple? Ähm, ich komm gleich wieder. Okay. Ah ja. Was hatte die denn jetzt? Die ist gerade, glaube ich, völlig hin und weg. Warum denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Nein, aber... Mag die mich? Jeder mag dich. Hallo? Ah, uh. Naja, so ist er nicht. Aber, ähm, doch freut mich, wenn sie ein bisschen geflasht ist. Ja. Ein bisschen. So, dann machen wir hier mal... Äh, ähm, 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 oh. So, Apple-Cake ist jetzt weggegangen, oder? Ja, die kommen jetzt wieder. Bin mir ja da. Hallo, Apple-Cake. Hallo. Hallo. So, wir waren gerade an Werbung für deinen Kanal machen, ne? Aha. Sehr gut. So, ich dann... Da schaue ich... Da schaue ich nachher mal drauf, ne? Oder soll ich etwa nicht? Ich kenne doch alle Videos einfach schnell sparen. Ja, aber das ist ja Blödsinn. Was machst du denn? Du machst du Let's Blaze? Nein. Nein. Nein, was machst du? Covers. Du singst? Ja. Oh, das ist ja interessant. Wie gesagt, liebe Leute, wenn ihr Bock habt, schaut mal bitte auf Applecakes Kanal. Werde ich wahrscheinlich unten in die Videobeschreibung verlinken hier. Ups, jetzt bin ich da runtergezogen. Achso, was ich euch zwei natürlich nicht gesagt habe. Ihr seid jetzt mittendrin in einer Minecraft-Aufnahme bei mir. Ich habe nämlich gerade nebenher Minecraft aufgenommen und dachte einfach, ich ziehe euch jetzt einfach mal mit in den Call rein. Habe die Playlist dafür ausgeschalten und ihr seid jetzt mittendrin in der Minecraft-Aufnahme, während ich hier noch ein bisschen Erde wegklatsche. So, die Saku wusste leider davon auch nichts. Da habe ich es vergessen zu sagen, glaube ich. Ja, Sascha, also okay. Ja. Werde ich euch den Link auf jeden Fall schicken. Das wäre gut. So. Saku, magst du der Welt irgendwas sagen? Äh, Saku sag ich schon, Apple. Magst du der Welt irgendwas sagen? Nein, magst du nichts sagen? Ach, Freakso ist da. So. Ja, ja, aber ich glaube nicht, dass er Zeit hat. Er ist oft beschäftigt. Magst du Freakso denn auch? Mhm. Du magst Freakso auch. Kleinen Moment, bitte. Hallo, Freakso. Ja? Kurz, mach dich mal lauter, ich höre dich kaum. Ja? Kurz, du bist bei mir in der Minecraft-Aufnahme jetzt gerade mit dabei, aber es ist nicht schlimm, ja? Ah. Es geht, es geht um folgendes, ja? Ja? Das ist jetzt kein Scheiß, ja? Das ist jetzt wirklich kein Scheiß. Äh, die Saku-Chan, ja? Hat mich angeschrieben, weil eine Freundin von der, die mag uns total, ja? Und, ähm, dann habe ich aufgenommen und irgendwann hat sie mich gefragt, ob sie mich anrufen darf, weil die Freundin skypt gerade mit ihr und bla bla bla. Habe ich gesagt, ja, soll sie machen. Ich bin halt jetzt gerade in der Minecraft-Aufnahme, habe ich ihr nicht gesagt, und die haben jetzt gerade meine Minecraft-Aufnahme voll gequatscht und die wissen gar nichts davon, ja? Okay. Und die ist gerade so ein bisschen, also die war jetzt ein bisschen geflasht, ja? Wenn ich da war. Magst du auch ein bisschen mit dazu kommen? Von mir aus? Ich ziehe dich mit rein, okay? Also du bist jetzt wirklich in der Minecraft-Aufnahme. Sag mal Hallo erstmal. Hallo erstmal. Ich wollte dir es eigentlich noch schreiben, aber du hast gleich angerufen. Ich bin ein bisschen überrumplig. Das tut mir leid. Okay, darf ich dich kurz mit reinziehen? Das wäre super für die. Ja, wer überhaupt? Saku? Nein, Apple Cake heißt die. Also Apple nennen wir die alle. Okay. Okay, das wäre super. Das ist super lieb von dir, Freakso. Auch wenn ich mir nachher was von dir anhören darf, dass du mir wurscht. Ach, Quatsch. Okay, bis gleich. Bis gleich. Saku? Ja? Magst du den reinziehen, wo ich reingezogen habe? Magst du den anrufen? Äh, Freakso? Ja. Ja. Ja, mach ich. Gerne mal. Okay. Jetzt hat die Apple Cake, dass wir beide da sind. Du magst uns doch beide, hast du ja gerade gesagt. Ja. Ja. Ich glaube gleich heult sie wirklich. Ach komm. Wer heult? Gell, wer heult denn? Ist doch kein Grund zu jammern hier. Hi, Freakso. Hey, lach doch nicht aus. Hallo. Ey, so ging es mir auch vorhin. Ja, ich will nichts hören. So. Ja, was geht so bei euch? Was machst du denn gerade? Sascha, baust du ein Haus oder sowas? Ja, ich baue, ja natürlich, ich baue nur Häuser. Nein, nein, ich laufe gerade wirklich in der Aufnahme, muss ich ganz ehrlich sagen, dumm in der Gegend rum. Du musst den Leuten schon was bieten, du musst schon irgendwas machen. Mach ich doch, hallo, Freakso hat ein Gaspart bei mir. Mann, Freakso hat ein Gaspart, also mehr Special geht ja gar nicht. Wuhu. Wuhu, Saku-Chan und Apple sind auch noch dabei. Juhu. Also mehr Special geht ja wirklich nicht. Yeah. Hallo, Saku-Chan und Apple. Und so. So, wir machen das hier mal weg. Oh man, Apple, du kannst ruhig reden, ja? Also, alles gut. Mm-mm. Oh, nix gut. Mm-mm. Freakso, gerade eben hat sie noch geredet, also dich mag sie, glaub nicht. Nee. Doch. Glaub auch nicht. Nee, also Freakso, du machst, ähm, du machst echt einen schlechten Eindruck, glaub ich. Nee. Nee. So, tuk, tuk, tuk. Apple, was meinst du? In Minecraft gibt es doch auch Äpfel, oder? Es gibt auch Äpfel, ja. Man kann auch Apfelkuchen, glaub ich, machen. Dann solltest du jetzt einen Apfelkuchen für Apple machen. Okay, pass auf, ich such jetzt mal einen Apfel für die Apple. Sehr gut. Wo gehen wir denn da am besten hin? Freakso, was machst du denn gerade? Äh. Außer überrumpelt sein? Überrumpelt sein, größtenteils, ja. Das, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Kennst mich doch. Ach. Du müsstest eigentlich von mir gewohnt sein. Ja, ich kenn dich ja, Sascha. Ich grüße alle Sascha-Zuschauer, die gerade eventuell zuschauen. Ja, ja, guck. Jetzt will er es wieder mit allen Mitteln versuchen. Mit allen Mitteln. Ähm. Ja, ich hab da, ich hab da ja auch so einen coolen Kanal. Da könnt ihr mich verbrauchen. Ach so, ach so, warte mal, da gibt's ja noch was. So. Also wisst ihr, wen ich besonders cool finde? Das ist dieser Freakso MC-Freakso LP. Er ist super. Macht geile Let's Plays. Schaut auf seinen Kanal. Danke. Wer ist das denn? Den kenn ich ja. Das hättest du jetzt etwas subtiler ausdrücken können. Biss jetzt subtiler? Ich mach doch nur Spaß. Ich weiß doch. Nee, du machst wirklich Let's Plays. Ja, ich mach wirklich Let's Plays. Du machst ja wirklich Let's Plays. Ja, ne? Ich glaub, dass ich auch sowas mache. Ja, so, auf und zu mal, ne? Mhm. So. Ich lade übrigens auch gerade eins hoch. Nein, echt? Was lädst du denn hoch? Doch, ich lade gerade das Sumpfmonster von Evermore hoch. Das Sumpfmonster von Evermore. Ist das das lange Viech da? Ja, ja, ja. Echt? Was aussieht wie so ein Großmütterchen. Wie so ein Großmütterchen? Mhm. So. Ja, ey, das hat fast eine halbe Stunde gedauert. Echt? Ja, ja, war richtig krass. Schau, irgendwie scheiße. Vielleicht gibt's in Minecraft ja auch mal so ein Sumpfmonster. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht kannst du dir so ein Skin machen und dann mal auf meinen Server kommen. Yeah. Yeah. Der Protzer-Skin. Da gibt's bestimmt welche, die da aber welche basteln. Hm. Alter. So. Soll ich noch was vor? Ich? Ja. Ich geh steil. Du gehst steil? Klar. Okay. Naja, heute hab ich eigentlich nichts mehr Besonderes vor so. Okay, gut. Jo. Gute Kiste. Und ihr so? Ja, was habt ihr so vor, ihr zwei? Apple und Saku-Chan. Saku-Chan. Chan. Chan. Apple, sag was. Was hast du vor? Lernen. Immer noch Vokabeln? Nein, ich hab ein freiter Schularbeit. Ah, okay. In Englisch? In Mathe. In Mathe? Ja. Wie heißt denn dein Lehrer, Strick-Schich-Lehrerin? Oh. Das ist ja hier endlich an den Franger gestellt. Das wird sich denn jeder wissen. Ja, hallo. Man darf doch mal Leute nett grüßen, oder? Jetzt traut sie sich nicht mehr, das zu sagen. Nein, jetzt traut sie sich nicht mehr. Ich denke, dass sie von der Schule fliegt. Ja, ne? Nein, um Gottes Willen. Warum sollte sie denn von der Schule fliegen? Ich bin doch ein ganz Netter. Da würde ich nicht drauf vertrauen. Da würde ich auch nicht drauf wetten. Nein. Nein, nein. So, okay. Also wenig Sinnvoll ist jetzt passiert in der Folge, aber tut mir leid, muss der einfach sein. Ja, sehr schön. Ich breche die jetzt aber... So läuft das bei Sascha. Ja, so läuft das. Der bleibt der ja der Welt. Alter, sowas muss es auch mal geben, oder? Mensch. Also ich finde das schon ziemlich mangelhaft. Ja, findest du scheiße? Ich finde es schon echt scheiße. Okay, geht doch nicht auf Freakso's Kanal. Nein. Nein, war natürlich ein Spaß. Ja, diesmal war die Folge echt mangelhaft, muss ich ganz ehrlich sagen, aber was soll's, die kriegt auch keine Nummer von mir. Das ist ein kleines Special. Also von mir kriegt es eine Nummer, nämlich eine 5. Mangelhaft. Eine 5? Also ich dachte, weißt du, wenn ich dich dazu hole, zu Sako-Chan und zu Apple, dachte ich, du bist ein bisschen geflasht, dass die hier sind. Freakso. Mensch. Wer ist das? Ja, 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 wow. Hä? Was? Ich hab gesagt, dann bist du vielleicht ein bisschen geflasht, wenn die hier sind. Hallo? Hallo. Du bist doch ihr größter Fan. Achso. Ja. Ja? Die Apple, die singt, Pfei. Sing mal was, Apple. Ja, sing nochmal was, Apple. Ja, los, Apple. Warum bin ich auf die Idee gekommen? Sing über Apfelkuchen. Ja, sing über den Apfelkuchen. Freakso, gib dir ein Beat. Alter. So. Sing mal was, Apple. Apple, hallo, bist du noch da? Ja. Dann sing mal was. Nee. Oh, nee. Warum denn nicht? So, kleinen Moment. Weil. Kleinen Moment, ich bin grad vom Wolles Rotweinscholle Gedenkbaum, wir müssen kurz gedenken. Was für ein Wolle Rotweinscholle? Den wirst du vielleicht noch kennenlernen. Achso, nee, du schaffst ja nicht meine Videos. Doch. Ach ja, echt? Manche schon, ja. Was hab ich in der letzten Minecraft-Folge bei 13 Minuten 75 gesagt? Hallo, liebes YouTube-Universum. Woher weißt du das? So, vor allem bei 13 Minuten 75. Ja, da ist es dir eingefallen, dass du die Zuschauer noch schnell begrüßen musst. Richtig, genau, so sieht es nämlich aus. Ja, liebe Leute, nur eine kleine Special-Folge. Ich hab jetzt hier ein paar Blumen mal außerhalb von meinem Haus hingetan. Sieht vielleicht ein bisschen schöner aus. Geht alle bei Apple Cake und bei Freakso auf Kanal? Schauen? Gucken? Und bei Saku-Chan auch. Ja, bei Saku-Chan, ganz wichtig. Genau. Saku, es tut mir leid. Ja, ich werd auch das mal vergessen. Echt? Das tut mir echt leid. Nee, wirklich. Echt leid. Okay. Also auch bei Saku-Chan. Aber vor allem bei Freakso. Weil den hab ich echt gern. Vor allem, ich hab's am meisten nötig. Ja, du hast echt von allen am meisten nötig. Das stimmt. Bitte unterstütz dich ein bisschen, damit ich ihn nicht mehr pushen muss. Ja. Ja, das ist ganz wichtig. Ich finde, das solltest du generell öfter mal machen, nicht pushen. Ja, echt? Gehört sich so, ja. Hallo, ich hab dir eine ganze Crim-Tails-Aufnahme gewidmet, ja? Stimmt. Du hast einen riesen, also wirklich, Freakso. Ja, ich hab einen riesen Charakter. Genau, Freakso, also. Alter. So, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei Saku-Chan, bei Applecake und natürlich bei Freakso. Bitte schön. Für den kleinen Gastauftritt, auch wenn's jetzt echt unkoordiniert zuging. Aber was soll's? Soll das auch mal geben? Ich mach's ja nicht professionell, sondern einfach so. Aus Jux und Tollerei. Bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Macht's gut. Hau da rein. Ciao. Tschüssi. Vielen Dank.